Und willkommen zurück zu Mega Man Teil 2. Wir haben Metal Man und Wood Man schon besiegt. Und nun gehe ich zu Flash Man. Okay. Hallo Mr. Flash. Sie sehen gut aus. Wie geht es Ihnen? Nicht gut? Schade. Bla bla bla. Okay. Was erwartet uns denn hier in dieser tollen, bunten Tragee-Welt? Äh, nee. Ich muss hier unten lang. Bapp, bapp, bapp. Gut. So. Ach, hier schlittert man hier so schön, ne? Genau. Ah, Mann. Zu viel Schlitter. Ist nicht so schön. Darum ist ein Leben, dass ich auch nicht rankomme. Aber ich habe ja noch genug Leben. So, den kann ich von hinten ermorden. So, hoch hier. Zack. Und langsam runter. Denn, hier kommt sowas doofes. Ah, geht doch einfach kaputt. Äh. Oh Gott, schießt er langsam. Na, geht's kaputt. Soll. Hüpp, hüpp. So, wo lande ich denn hier? Okay. Yay. So, ach, da hinten ist wieder so eine Wand. An der kommt auch nicht vorbei. So, also langsam, vorsichtig hier runterlässt du mit mir durch. Okay. Gut. Auch nichts. Hier ran. Gut. Runter. Okay, jetzt bin ich hier. Das heißt, jetzt kommen hier Sprung, ein langen Pump 1, mal wieder. Äh. Okay, spring. App. Spring. Und spring. Denn ich meine, hier ist ein Energietank. Sehr schön. Gut. Aber ich zweiter kommt. So. Ich muss dich jetzt noch vorbei. Hier ist der kaputt. Mach dein Schild auf. Äh. Na. Na ja. Was soll's. So, hoch. Naja. So, hoch. Na. Oh, mein Gott, ich werde hier krass. So, hoch. Danke. So, rüber. Okay, ich weiß nicht, was die Waffe gegen ihn war. Also versuche ich einfach mit meinem normalen Beam gegen ihn anzukommen. So, hallo, Mr. Flash. Na, da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Rüber. Da, 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 da. Nein. Da, 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 da. Ups. Na, ich stehe doch nicht in mir drinne. Das war ja fies. Ja. Komm. Nein, 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 nein. Nein. So. Ah, geschafft. Mit so ein bisschen Energie noch hingekriegt. Ah, das Spiel ist doch einfach. Oder ich bin einfach nur gut. Auslegesache, ne? Gut. Wer hat ausgerüstet mit... ... ... ... ... Ja, dann gib mir doch mal die Nachricht. Item 3 ist completed. Das ist komplett. Okay. Mach deine Waffe bereit. Und werd ausgerüstet mit... ... Item 3. Sehr schön. Stage select. Okay. Dann geh ich jetzt zu... ...mhm... ...so. Quickman. Okay. Mit dem schönen Power-Walken-Kopf. Hallo, Quickman. So, das war diese schöne Welt. Wenn ich mich erinnere, ist da oben ein Leben. Gut. Und wir wurden ja ausgestattet mit Item 3. Und mit dem Item 3 komme ich auch hier... ...komme ich auch hier oben ran. Ne? Naja. Ich glaube, ich könnte Start... ...Start. Start drücken. So. Okay. Rüber. Wenn ich mich richtig erinnere, war hier in dieser Welt auch diese Instant-Death-Laser. Die jetzt jeden Augenblick kommen müssten. Nämlich jetzt... Bäh. Durch. Muschisch bringt viel. So. Wenn ich nämlich so einen Laser berühre, bin ich sofort tot. Diese blöden Wackelköpfe da, die nerven mich. Ach, darum waren Energie, Tannen und Leben und alles Schöne. Naja. Oh, hier ist dunkel. So, du gehst mal kaputt. Jetzt ist es wieder dunkel. So, du gehst auch mal kaputt. Okay. Ich glaube, da kommt noch einer, oder? Jep. So, geh kaputt. Okay. Hüpp, hüpp, hüpp. Kommt noch was? Ne. Jetzt müsste es weitergehen mit den Lasern. Jep. Äh, bitte, 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 bitte. Gut, das hat noch funktioniert. Äh, krass, sowas. Das ist nie gut für mein Herz, sowas. Äh. Wow, das war knapp. Äh, noch mehr, noch mehr. Hüpp. Runter. Nicht noch mehr. Wow. Noch ein Leben. Hier liegen so viele Leben, die man gar nicht erwischen kann. Wow. Das war wieder zu knapp. So, runter. Zack. Das war's. Okay, nein, ich geh schon wieder. Äh, immer treten nämlich mit einer Kugel mindestens. So, der ist weg. Kommt da nicht noch einer? Äh, lieber schießen. Äh. Oh Gott! Was ist denn jetzt los hier? Oh, nee! Was war denn was? Ich bin gleich tot. So würde ich Quickman auf jeden Fall nicht schaffen. Das heißt, ich würde erst mal versuchen, mit meinem normalen Beanie kaputt zu machen. Ja. Nein. Oh Gott. Gott ist ja schnell. Nein. Das schaffe ich nicht. Ah, tot. Okay. Hi, der Witzger ist ja schnell. Aber die Waffe gegen ihn hab ich ja. Das müsste nämlich, äh, App sein. App Flash in schönen Pink, Rosa, Lila, was auch immer. So. Und zwar... So. Das wird ja schon mal kräftig Energie. Ich würde es nur erst ja gleich auf mich drauf rücken werden. Ich würde es nicht kommen an ihm vorbei. Nein, tut es nicht. So. Also, wieder nach meinem normalen Schuss auswählen. Oh Gott. Oh Gott. Gehst du kaputt? Nein. Geh kaputt. Mein Gott. Ich treffe ihn nicht. So. Weg ist er. Schlimm, schlimm, schlimm. So was. Und schon wieder sind zwei Robert Mordler bewegt. Und raus hier. So. Und jetzt werde ich ausgerüstet mit... ...dem schnellen... ...Bomarang. Bomarang. Was auch immer. So. Im Schweinchen-Rosa Stage Select. Gut. Vier Leute sind schon geschafft. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.